So, wir sind jetzt in Lengres und da ist ein Fussel. Wir werden gerade von der Ente verfolgt. Und wir gehen jetzt wandern. In Lengres. Bin ich zu nah dran. Ach, du machst ein Video. Ich habe letztens noch gesagt, dass wir häufiger rausgehen müssen. Aber jetzt sind wir draußen. Videospiele sind schon was Schönes. Es sind man-made Schönheiten. Aber das ist Gott-made Schönheiten. Ja, wir genießen heute eine kleine Wanderung in Lengres. Und wir werden diese Liebe mit euch treiben. Yes! Machen wir das. Gehen wir. Wozu gibt es sichere Wege? Denk ans Wild und seine Hege. Zugleich bitte ich ums eine. Häng deine Hündchen an die Leine. Zu Natur und Umweltschutz passt kein Abfall und kein Schmutz. Danke. Die Jägerschaft. Wir gehen weiter. Sieht hier. Denk ans Privat. Dramat very. Du kannst dir denこう ein Schmutz nicht machen. Und du kannst dir den Klos- und Schmutz. Schmutz- und Schmutz zum Schmutz. Und du kannst dir die Klos- und Schmutz. Schmutz- und Schmutz. Musik Wir sind jetzt ganz oben. Das ist die krasseste Aussicht überhaupt. Doch nicht so toll. Und hier ist unser krasses Kreuz. Cute. Okay, essen wir was. Wir haben jetzt gerade eine Pause gemacht und ich kann euch nur ermutigen, falls ihr ein Paar seid, geht mal wandern. Das ist sehr schön, denn man lernt sich besser kennen und man redet miteinander oder man schweigt miteinander. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und jetzt gehen wir wieder runter. Das mache ich am liebsten, weil es ist null anstrengend für mich. Alle anderen sagen immer, es geht auf die Knie, aber es geht bei mir nicht auf die Knie. Das ist super entspannt. Oh, meine Knie tun weh. Ach ja, und wir sind gerade durch den Matsch gelaufen. Ich bin einfach mal. Ich bin einfach mal. Hallo. Das war's für heute. Bei Momenten wie diese sind wir Gott so nah, weil ich finde, wenn man das sieht, ist es sehr, sehr, sehr schön, sehr entspannt. Ich finde, da gibt es nichts Vergleichbares. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020